...vom A1 bis zum A8. Man braucht Menschen, die nicht in den Kopf kommen, sondern nur allein. Man braucht Menschen, die nicht in den Kopf kommen, sondern nur allein. Man braucht Menschen, die nicht in den Kopf kommen. Man braucht Menschen in den Kopf kommen. Sie optimieren alles, jeder von Ihnen schreit und sind nun wieder dabei. Und heute, jeder das Besseres, was wir haben. Und das Fünftensiv, was uns jetzt schon beten. Man hat die Fehler von Kostenvolle Australien. Untertitelung des ZDF, 2020